Die tragische, das, ich bin echt gespannt, Alter, was da jetzt los war, warum das passiert ist und so alles. Die tragische Wahrheit über Will Smith und seinen Ausraster, okay. ... der bizarrste Moment in der Geschichte der Oscars. Kurz bevor Will Smith zum ersten Mal in seinem Leben den Oscar als bester Hauptdarsteller gewandt hat, hat er geheult, ne? ... ereignete sich etwas, mit dem so niemand gerechnet hatte. Nachdem Moderator und Comedian Chris Rock während der Preisverleihung einen beiläufigen Witz über die Ehefrau von Will Smith gemacht hatte, stürmte dieser völlig unvorhergesehen auf die Bühne und ohrfeigte den Moderator mit voller Wucht. Zunächst... Ey, stell mal vor, stell mal vor, der Moderator, dieser Chris Rock, der wäre ausgeflippt, dass der eine Bombe, die hätte sich einfach geboxt da auf der Bühne. Stell mal vor, einfach so bei der Oscar-Verleihung, einfach Moderator, boxt sich mit Will Smith. Ich finde, der ist voll cool geblieben, findet ihr nicht? Also der Chris Rock, der hat danach noch einen Witz gerissen, der meinte doch, das war der krasseste Moment der TV-Show jemals. ... jeder die Aktion für eine gestellte Szene, doch spätestens als Will Smith dann auch noch anfing, lautstark den Moderator anzubrüllen und zu beschimpfen, wurde jedem klar, dass die Situation... Boah, der hat mir irgendwie voll leid getan, ja, dieser Chris Rock. ... und betretenes Schweigen füllte den Raum. Nicht mal eine Stunde später gewann Will Smith dann auch noch seinen ersten Oscar und hielt eine der verrücktesten... Ja, das habe ich auch gehört, viele meinten, das ist gescriptet, weil dieses Jahr die Oscars nicht so relevant waren wie sonst, weil es da nicht so geile Filme gab und mit so was, mit so einer Aktion dann einfach mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt wird. Habe ich so ein paar Gerüchte gelesen, aber wir gucken uns das erstmal an, weil ich habe ja gehört, Will Smith soll ja auch voll Stress mit seiner Frau gehabt haben und so. Ja, die waren sogar Freunde als ob. Ich fand, der Chris Rock ist eigentlich ein cooler Typ, Alter. ... verwirrendsten und emotionalsten Dankesreden aller Zeiten, in der offensichtlich wurde, dass Will Smith offenbar ein ernsthaftes Problem hatte. Seitdem berichteten zahlreiche Medien über den skandalösen Vorfall und es scheint, als hätte Will Smith sein Image als der extrovertierte Prinz von Hollywood für immer ruiniert. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass jemand wie Will Smith sich innerhalb weniger Minuten dermaßen bloßstellt? Was steckt wirklich hinter seinem plötzlichen Ausraster? Ich verstehe das nicht. Inwiefern war vielleicht schon vorher abzusehen, dass Will Smith dem Untergang geweiht war? In diesem Video erzählen wir euch die schockierende Wahrheit über den dramatischen Untergang von Will Smith. Also bleibt dran, hier bei Wissensreden. Dramatischer Untergang? Warum dramatischer Untergang? Um den Eklat um Will Smith bei den Oscars besser zu verstehen, müssen wir uns zunächst die Situation noch genauer anschauen. Nein, ich habe nicht gesagt, dass das gescriptet war. Ich habe nur gesehen, dass da ein paar Gerüchte rumgegangen sind. Ich glaube persönlich selber, das war kein... Das war nicht gescriptet. Niemals. Also ich habe nur mitbekommen, dass die Frau eine Krankheit hat. Deswegen hat sie Haarausfall. Er hat sich indirekt drüber lustig gemacht. Will Smith fand es erstmal selber lustig in dem Moment. Dann hat er zu seiner Frau rüber geguckt. Und seine Frau war dann voll verärgert. Und als er das gesehen hat, sind bei dem die ganzen Dinger durchgebrannt. Er ist aufgestanden und hat ihm eine Bombe gegeben, ja. Und zwar vor allem im Hinblick auf zwei Details. Zum einen war der Witz, den Moderator Chris Rock über Will Smiths Frau Jada... Aber guck mal, hier seht ihr es doch genau. Hier seht ihr es genau. Genau. Guck mal. Da ist der Witz. Guck mal, wie Will Smith lacht. Seht ihr das? Er lacht einfach. Und seine Frau, die ist jetzt voll verärgert. Guck mal jetzt. Guck mal, jetzt merkt ihr langsam und denkt sich, boah, was will der eigentlich? Und guck mal, er lacht darüber. Er hat es gefeiert. Aber dann hat er rüber geguckt und hat gesehen, seine Frau ist verärgert. Rock über Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith machte nicht irgendein harmloser Joke. Im Gegenteil. Rock machte sich nämlich lustig über die Glatze von Smiths Frau. Diese Frisur ist jedoch keine freiwillige Entscheidung der Schauspielerin gewesen. Tatsächlich leidet Jada Pinkett Smith nämlich unter einer Krankheit namens Alopezi, bei der man an sämtlichen Stellen riesige Büschel Haare verliert. Insofern ging Chris Rocks Witz also deutlich unter die Gürtellinie, indem er sich lustig machte über eine Krankheit. Ein weiteres wichtiges Detail an der ganzen Situation ist, dass Will Smith bei genauerem Hingucken zunächst sogar herzhaft über diesen üblen Witz auf Kosten seiner Frau lachte. Erst als er bemerkte, dass Jada diesen Witz gar nicht komisch fand, sogar mit den Augen rollte und sich verletzt fühlte, sprang bei Will Smith der Schalter um und er ging auf Chris Rock los. Allerdings sind ein unangebrachter Witz und die verletzten Gefühle seiner Frau natürlich noch keine ausreichende Erklärung für das Verhalten von Will Smith, denn dahinter steckt noch mehr. Eine Hauptursache, die dahinter steckt, liegt in der Beziehung zwischen Will Smith und seiner Frau Jada. Das Paar sorgte in den vergangenen Jahren nämlich immer wieder für heftige negative Schlagzeilen. Im Juli 2020 kam nämlich heraus, dass Jada während ihrer Ehe mit Will Smith eine Affäre mit dem Rapper August Alcina gehabt hatte, einen Freund ihres eigenen Sohnes Jaden. Bah, was? Ich hab mitbekommen, dass da irgendwas war. Ey, das ist ja echt eine richtig ekelhafte Aktion von der gewesen. Ey, die zwei haben ja einen Sohn, ne? Und der Freund von dem Sohn, mit dem hat sie eine Affäre gehabt, Digga. Was ist das denn? Das ist ja verrückt, Digga. Einfach mit dem, also der Sohn heißt ja Jaden Smith und der hat einen Freund, das ist der Typ hier, dieser Rapper und die hat einfach was mit dem gehabt, Digga. Mit dem Freund des Sohnes. Wahnsinn. Wahnsinn. Danach stellte sich aber auch heraus, dass Smith ihr zuvor sogar mit mehreren Affären ebenfalls fremdgegangen war. Ja, Bruder, okay, dann, ja, dann warum sind die ja noch zusammen, Alter, wenn die da jeder sich durchgebumst hat, Alter. Was ist das denn? Also da brauchen wir jetzt gar nicht hier die Schuld auf die Mutter schieben. Will Smith ist ja mindestens genauso schlimm, was jetzt hier gesagt wird. In einem gemeinsamen Fernsehinterview stellten die beiden dann klar, dass ihre Beziehung seit langer Zeit schon problematisch war. Somit wurde offensichtlich, dass die beiden seit Jahren in einer toxischen Beziehung gelebt hatten. In solchen unsicheren Bindungen kommt es übrigens häufig vor, dass Partner extreme Maßnahmen ergreifen, um ihre eigenen Beziehungen zu retten. Zum Beispiel extrem reagieren, wenn ihre Partner unzufrieden zu sein scheinen. Wie Will Smith, nachdem er die Reaktion seiner Frau bemerkte. Somit ist also nicht auszuschließen, dass Will Smith seine Reaktion in erster Linie ausgeübt hat, weil er das Gefühl hatte, seine Frau würde es von ihm verlangen. Ein weiterer Aspekt, der die Ausschreitung von Will Smith begünstigte, liegt in seiner Persönlichkeit. Schon in der Vergangenheit fiel er nämlich immer wieder durch sehr temperamentvolles Verhalten auf. So schlug er vor über zehn Jahren bereits einen Reporter bei einer Filmpremiere, weil dieser ihm zu nahe gekommen war. Außerdem beleidigte er mehrere Male andere Promis und auch sonst wurde ihm immer wieder vorgeworfen, dass er einige narzisstische Charakterzüge habe. Zum Beispiel nachdem seine Biografie erschienen war, aus der einige fragwürdige Aktionen von Smith hervorgingen. Andererseits muss zu Will Smiths Entlastung auch erwähnt werden, dass er sich bei der Oscar-Verleihung in einer psychischen Extremsituation befand. Seit Wochen wurde er nämlich als Top-Favorit auf den wichtigsten Filmpreis gehandelt und sollte den Abend seines Lebens erleben. Ich habe diesen Film gar nicht gesehen. Also dieses Jahr bei den Oscars irgendwie voll die komischen Filme dabei gewesen. Ich habe die Oscars nicht geschaut, aber warum war denn zum Beispiel nicht Spider-Man dabei? Das war für mich Film des Jahres, der Spider-Man-Film. Ganz klar, Film des Jahres. Im Zusammenhang sagte ihm sein Schauspielkollege Denzel Washington passenderweise sogar, dass er aufpassen soll, denn in den allerhöchsten Momenten sei man am meisten dazu geneigt, übermütig, größenwahnsinnig und bösartig zu handeln. In seiner Dankesrede danach sagte Smith außerdem, dass er zwar wisse, dass man als Hollywood-Star auch Anfeindungen ausgesetzt ist, aber dass er und seine Familie immer wieder auch enorm unter Schikanen, Gerüchten über sie und verachtenden Kommentaren zu leiden hatten. Ein Zustand, der fast jeden Menschen auf Dauer unter enormen Druck setzen würde. Sein mental geschwächter Zustand wurde dann auch im weiteren Verlauf seiner Dankesrede deutlich, in der er über seine inneren Konflikte sprach und darüber, dass er eigentlich nur seine Familie beschützen und ein Vermittler von Liebe sein möchte. Außerdem darf eine weitere, theoretisch mögliche Erklärung für Smiths Handeln nicht unerwähnt bleiben. Und zwar wurde Will Smith für seine Rolle als Richard Williams ausgezeichnet. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch diese Rolle auf Will Smith abgefärbt hat. Richard Williams war nämlich ein gewaltsamer und extrem beschützender, aggressiver und größenwahnsinniger Familienvater, der mit viel Ehrgeiz seine Töchter Serena und Venus Williams bis an die Tennis-Weltspitze trainiert hatte. Tatsächlich kam es in der Vergangenheit nämlich auch schon bei anderen Schauspielern vor, dass sie sich so sehr in einzelne Rollen reinsteigern. Das ist so krass, wie manche sich in ihre Rollen ein, wie soll ich sagen, die sich darauf vorbereiten. So bei Joker und so. Der hat sich einfach wochenlang in sein Hotelzimmer eingesperrt und wirklich so versucht zu leben und so. Das ist so krank, was manche Schauspieler machen, um die Rolle perfekt zu spielen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist krank. Oder auch Christian Bale, wie der abgenommen hat für manche Filme. Oder auch 50 Cent damals und so. Das ist verrückt. Dass diese nachhaltig auf ihre Persönlichkeit abgefärbt haben. So musste Isabel Adjani nach ihrer Rolle in Possession für Jahre in Therapie. Krass. Und auch Heath Ledger wird nachgesagt, dass ihm die Rolle des Jokers zum Verhängnis wurde. Ja. In seiner Dankesrede nach dem Eklat stellte Will Smith sogar selbst fest, dass sein Verhalten zuvor erstaunliche Ähnlichkeiten zu seiner Rolle als Richard Williams gehabt hatte und entschuldigte sich für den Skandal bei allen Anwesenden, außer übrigens bei Chris Rock. Trotz dieser Entschuldigung ist Will Smith wahrscheinlich aktuell der kontroverseste Star in Hollywood und es sieht alles danach aus, als würde die Aktion nachhaltig seiner Karriere schaden. Auch wenn die konkreten Auswirkungen bisher noch nicht abzusehen sind und zu hoffen bleibt, dass Smith und sein Image sich auf Dauer von dem Skandal erholen werden. Auf der anderen Seite sollte ein einzelner Ausrutscher natürlich auch nicht überbewertet werden, zumal die Ausschreitung nicht gänzlich unbegründet war. Außerdem entfachten seit dem Eklat viele Diskussionen darüber, wie weit Comedy überhaupt gehen darf. Vor allem, wenn sie sich gegen einzelne Individuen richtet. Aber das war auch absolut nicht... Er könnte noch den Oscar abbekannt bekommen. Weiß ich nicht, aber das ist schon... Das ist schon nicht korrekt, was der Moderator da gemacht hat. So die Frau, die Arme, die hat Haarausfall und der macht sich so drüber lustig. Würde ich auch nicht feiern. Ist ja klar, dass dann, wenn man noch gerade so drauf ist, dann irgendwann die Dinger durchdrehen soll, ne? Aber natürlich ist das dumm und das schadet seiner Karriere. Definitiv. Oder gegen Leute mit ernsthaften medizinischen oder psychischen Problemen. Wie dem auch sei, zeigt der Fall von Will Smith, dass man in Sekundenschnelle seinen guten Ruf verlieren kann und das nur durch einen einzelnen Ausrutscher. Und das Beispiel von ihm und Jada zeigt auch, wie wichtig es ist, darauf zu achten, gesunde Beziehungen zu führen. Ja, normal ist das kein Grund, da eine Backpfeife zu geben. Definitiv. Und das war auch ein Witz, ja klar. Aber so manche Leute verstehen Witze anders. So manche können drüber lachen, manche können nicht drüber lachen. Und vielleicht war Will Smith gerade in dem Moment nicht fähig dazu zu lachen. Oder der hat ja eigentlich gelacht oder hat überreagiert wegen seiner Frau. Er selber hat ja drüber gelacht, das haben wir ja gesehen. Aber die Frau fand es nicht gut. Ah, schwierig, Digga. Ich kann mich da jetzt nicht so ganz hineinversetzen. Man macht da trotzdem keine Witze über sowas. Und die Frau hat sich ja angegriffen gefühlt. Das macht man einfach nicht. Aber natürlich ist das dumm gewesen, dass der sowas gemacht hat. Aber was meint ihr? Ging der Witz von Chris Rock zu weit? Wie fandet ihr Will Smiths Aktion? Und sollte man ihn jetzt canceln? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Aber ich check das nicht. Guck mal, wie er einfach vorher lacht. Und dann guckt er zu seiner Frau. Und dann... Und dann boxt er den. Ich verstehe das nicht. Das ist schon komisch, ne? Also ich würde niemals so durchdrehen, wenn ich dann auf einmal sehe, ey, ich würde mich dann abfacken, so klar. Aber doch nicht einfach aufstehen und dann eine Bombe geben, so. Das war schon ein bisschen zu hart in meinen Augen.